Willkommen zusammen mit herzlich bei Cobra 11. Die Autobahnpolizei ist an sich ein Kölner Düsseldorf-Phänomen, aber in 100 Ländern vertreten. Mittlerweile in 144 Ländern vertreten ist Cobra 11. Die Autobahnpolizei mit Seemir Gerkan als Erdogan Atalay. Schauspieler. So, ja, Stammtisch. Cobra 11 Stammtisch. Hier im Copyhaus beim Sondersender Ultra HD Web TV als Fangemeinde ausgeschildert. Leider hängt jetzt Nils Körwin nicht da rum. Nils Körwin hängt dort hinten, weil Nils Körwin ist KTU, Cobra 11, als Hartmut Freund und Gründungsmitglied von RTL, Cobra 11 World Community. World Community bedeutet, dass alle mitmachen können. Ihr müsst nicht analog hier erscheinen an diesem Stammtisch, wo wir wirklich über Cobra 11 sprechen. Hier ist die Stadt Essen. In der Stadt Essen, die kann man langsam vergessen. Die hat zwar die Brugahalle, das ist richtig. Und wir haben auch die A40, wo ich gerade gestanden. Und wir haben natürlich das Rhein-Ruhr-Zentrum hier schräg gegenüber, wo ich auch war. Und hier nochmal Action-Konzept. Was kriegen wir einen? Was kriegt die Pizza? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020